Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Custom Level Lara Croft Returns. Ja, gucken wir mal, ob die Lara nicht brennt. Okay. Gut, dann müssen wir den Hebel einfach nochmal umlegen. Jetzt habe ich es verstanden, was der gebracht hat. Ich habe es, äh, ja, ich habe es nicht so gerafft eben. Aber gut. Jetzt aber, äh, hoch damit. Genau, hoch damit. Hoch mit dir, Lara. Und Stoppuhr, mal wieder vergessen. So, jetzt läuft sie. So, ja. Kann ich hier rauf? Jo, kann ich. Hm, ob das mir was bringt, wenn ich da reinspringe? Ich weiß es nicht. Ich gucke mich erstmal hier um. Okay. Okay. Nö, also. Warte mal, hier ist eine Öffnung. Muss ich eventuell hier rauf? Jo. Könnte sein. No. No. Äh, geil. Ne. Okay. Okay. So. Dann möchte ich hier rauf. Falls sie da raufkommt. Was? Hm? Wie bitte? Ja, wo war das? Ach so. Oh, nee. Komm mal. So, jedet aber nicht, ne? Bäms. Ach so, auf der anderen Seite hätte ich auch. Ja, gut. Ja, gut. Ach du Scheiß, was ist das denn? Was ist das? Ähm, jo. Oh, ne goldene Kobra? Äh, soll mir das Angst machen? Also mir macht das gerade Angst. Äh, hä, hä. Ach so, das ist keine Kobra. Irgendein anderes Vieh. Ah, okay. Das ist ein Hebel. Ach so. Okay. Na dann. Nein. Aufpassen. So, dann gehe ich einfach mal hier runter. Ach so. Wow. Aufpassen, Laura. Auf, aufpassen. So. Hm. Speichern. Ja, komm, ich speichere das einfach mal hier. Einfach mal da speichern. Oh Gott. Ey, wie viel halten die aus? Das ist ja nicht euer Ernst. Okay. Hier ist noch einer. Oh, das macht mich nervös. Verstecken. Ah, verstecken bringt nichts. Ey, Mann. Ich bin aus der Hapune jetzt einmal. Ganz ehrlich. Kommst du auch? Hä, wo bist du? Ähm, hallo. Bitte bedräng mich nicht. Oh, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ha. Ey. Penner. Hast du was verloren? Äh, Manno. Ja. Zu irgendwas muss die Hapune ja auch gut sein, oder? Ach, Mensch. Jetzt habe ich wieder so viel Energie verloren. Ja gut, ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Oh, mein Ohr juckt schon wieder. Ah, immer eine Aufnahme. Und meine Nase juckt auch. Super. Okay. Hä, was hat mir das jetzt gebracht? Hä? Was? Was? Äh, hä, hä, hä. Ja, und jetzt? Und nun? Also hier muss... Hä? Das kann es ja nicht sein. Ich muss mal da irgendwo hochkommen. Oh, nee. Bitte nicht. Jetzt schon am Anfang. Bitte. Bitte nicht. Kann ich denn hier irgendwo hoch? Nö. Buh. Oh, da ist hier unten drunter irgendwie was, wo ich hoch kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mann, ey. Mann, ey. So, hier drunter. Nö, hier ist auch nichts. Vielen Dank. Ja, und hier sowieso nicht. Kann man... Kann man hier hoch... Wirklich? Ey, wie soll man erkennen, dass man da hochklettern kann? Ähm, ja. Ähm, hallo. Hoch. Oh, Medipack. Medipack. Ja. Wir sind irgendwo... Ja. Unter Wasser, schätze ich mal. Nur durch das Wasser sind wir hier an diesen Ort gekommen. Ganz tief unten in Großbritannien. Äh. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. So, warum muss ich eigentlich... Okay. Okay. Das ist der einzige Weg hier drüber. Hier drüber. Okay, da rutscht man runter. Ich habe auch mal irgendwie... Wie heißt das? In der Lösung gelesen. Also hier in dieser Episode 2. Dass, äh... Wie heißt das? Dass die auch Kreaturen kommen. Das gefällt mir gar nicht. Ist das zum Runterrutschen? Nö. Ist einfach nur eine Treppe. Laufen wir elegant mal runter. Und erwarten... Okay. Das habe ich nicht erwartet. Ich soll ja jetzt nicht runterspringen, oder? Ich habe da eben gespeichert, oder? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich speichere einfach nochmal. Kommt. Und runter. Ich hatte schon Angst. Äh, ja. Ach, scheiße. Nein, das war von mir. Ey, Leute. Hier kann man gar nichts sehen. Was soll ich hier? Hier kann man nichts sehen. Und wisst ihr... Und wisst ihr... Und wisst ihr, dass du wirst? Ich habe keine Fackel. Ich habe keine Fackel, um mich mal hier umzusehen. Ist da irgendwie ein Weg? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee. Ey, das... Nee, das ist echt fies jetzt. Nee. Also, nö. Das finde ich nicht gut. Was ist, wenn ich das hier berühre? Passiert nichts. Und? Was ist das hier? Oh, Leute. Fackeln. Dankeschön. Danke. Thank you very much. Okay, es sind nur acht, aber das wird wahrscheinlich reichen. Hoffe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, ich finde jetzt mal hier einen Eingang, Ausgang. Äh, hä? Was? Äh, was? Euer Ernst? Euer Ernst? Ach, da komme ich doch nicht hoch. Ne, da komme ich doch nicht hoch. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Alles klar. Alles klar. Okay. Nochmal eine Fackel. Ich habe nur noch sechs. Ja gut, jetzt habe ich nur noch fünf. Das finde ich ja mega doof hier. Äh. Äh. So ist das also. Sehr schön So, dann auf jeden Fall hier drauf speichern Also, ne Das geht ja mal gar nicht Achso, cool, hat geklappt Super Dann Soll ich mal sagen Er fang gerade aus, oder? Okay, und jetzt Achso Hier kommen noch glatte Meine Güte, äh, dieser Raum Ich dachte schon, ich finde hier nie wieder raus Ich dachte mir so, boah, ist keine Fackel Und so dunkel hier Ja Egal, wow Wir sind wieder im Hellen Wow, cool Das freut mich doch Das freut mich So, ein wunderschöner Schalter Ich immer noch mit meiner Hapune Wie geil Und eben noch mal speichern Oh, lass mich raten Ja, Lava Oder Ich will's nicht ausprobieren Oh Was ist das? Was ist das? Hm Ich spring einfach mal drauf Was ist, wenn ich das berühre? Okay, es passiert nichts Auch gut Oh, nö Oh Okay Da, wo die komischen Bällchen drauf sind Da kann ich Da kann ich drauf Okay Aber wo die nicht drauf sind Ja, werde ich einfach mal gebrutzelt Und hier unten Ja Auch mal gebrutzelt Obwohl das Lava ist Oder so Aussieht Egal Menno Das hab ich mir aber Ganz anders vorgestellt So Spring Spring, spring, spring So Dann springst du einfach mal hier drauf Dann springst du hier drauf Und dann würde ich sagen Springst du auf die andere Seite Nämlich hier Und, äh, okay Okay Okay, die ist zu Okay, da ist ein Hebel Alles klar Alles klärchen Ähm Okay Achso So Hey, ich die ganze Zeit Die ganze Zeit mit meiner Pune Was war das? Ich weiß, das sag ich immer, aber Trotzdem Fire Warte mal Vielleicht liegt hier was in der Ecke Wäre Schön, aber Ja Okay Ich warte die ganze Zeit Auf diese komischen Kreaturen Die sollen ja hier irgendwie herkommen Herkommen So Kann ich einfach rückwärts Och Menno Schade Naja Egal Ein Versuch war es jedenfalls wert Und das ist doch die Hauptsache Oh yeah Oh Oh, 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 oh Was? 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 Was geht hier ab? Wahrscheinlich nichts Gutes Hehe Hm Ich hab so wenig Desert Eagle Das regt mich auf Mh Sorry, sorry, sorry Ich bin echt müde Äh Äh Ja Oh, find ich aber cool gemacht Find ich cool gemacht So Achso Es geht immer weiter hoch Okay Was ist das? Seht ihr das? Da kommt so Kommt so Rauch raus, ne? Naja Oh, hier schimmert's auch So Ich find das voll toll Voll toll und so Ich find's auch toll Wenn du hier Dankeschön Äh, was? Was? Was ist dein Problem, Mädchen? So Ja gut Tief ist es nicht Oder? Null Okay Hä? Was? Ach so Schieb Was? Rausziehen Was bringt das? Ähm, ja Toll Und jetzt? Und jetzt? Ja, keine Ahnung Gucken wir einfach mal Oh nein Aufpassen Aufpassen Ach so Ach so Jetzt verstehe ich das Aha Jetzt geht mir Licht auf Ja Hä? Ach so Ach so, da unten Hä? Ja, da unten, oder? Oder? Na Ich weiß, ich speichere jetzt so oft hier, aber Das ist mir grad Vollkommen egal Ja, geil Ach so, hier ist eine verschlossene Tür Die von alleine aufgeht Ja, geil Wo bin ich denn jetzt? Äh Oh, coole Musik Wow Ein cooler Raum Oh Oh Gott Sind das diese Oh, das sind die Das sind diese Echsen Die mich vergiften Also Ne, die mag ich überhaupt nicht Äh Da ist auch mal so eine Ex Okay, gut Die ist schon mal erledigt So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier heil runterkomme Ganz heil bitte Ich hab nicht mehr so viel Energie Das sieht doch gut aus So Stell ich mich erstmal hier drauf Dann gucken wir mal, was hier So abgeht Okay, Wasser, Wasser Wasser, Wasser, Wasser So, bevor ich in das Wasser gehe Gehe ich natürlich erstmal hier rauf Was ist das? Ach so, das ist ein Großes Tor Das ist eine kleine Tür Okay 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 Was haben wir denn hier Schönes Hm Ich möchte die gerne von hier aus schon Das dauert mir zu lange Ich nehm jetzt einfach die Desert Eagle Ist mir sowas von egal Yay 1A geklappt Ja Keine Ahnung Okay Da kann man hangeln Da kann man hangeln Okay Ja Ich glaub Wir müssen dann auch Tatsächlich Ins Water Gehe ich mal von aus So Was haben wir denn hier Ich glaub nichts Oh je Das sind diese blauen Felder Die darf man wahrscheinlich nicht berühren So Nochmal speichern Ne Ich berühre sie lieber nicht So Schalter Ähm Ja Wo Ja Okay Oh Leute Das ist ne tolle Musik Die hatten wir glaub ich schon öfters hier in dem Custom Level oder Hm Ich weiß ja nicht wie lang das Level noch geht Ich will nur nicht Äh wie heißt das Ah wo muss ich überhaupt hin jetzt Schön dass mir das angezeigt Ja wurde mir angezeigt Aber ich weiß jetzt nicht wo hoch Nö wurde mir nicht Hä Ja gut da oben ist was aufgegangen Aber ganz ehrlich Wie soll ich da hinkommen Kannst du mir das vielleicht mal Erklären Ja die ist zu Hier ist doch nirgendwo ein Schalter Also ich hab bis jetzt keinen gefunden Aua Aua das ist dann weh Schalter Ist hier ein Schalter Äh okay Wie komm ich da hoch Oh da könnte man kurz durch die Tür gucken Kann ich das nochmal bitte Mellow Achso Okay da geht's runter Hä wie komm ich denn Was Autsch Hä wie komm ich da hoch Wie komm ich da hoch Ja gut das werde ich Okay das Level werde ich jetzt nicht In diesem Part schaffen Schade Schade aber auch Ah diese Musik Jetzt sich voll toll an Oh komm Kann man hier hochklettern Äh ja Muss ich vielleicht oben dran springen Ich weiß es nicht Nein auch nicht Hä Was Was Ach nee Ach nee Hä Okay Hier kann man hangeln Ja gut Da kann man hangeln Aber Hier ging's doch auch nochmal hoch Oder nicht Oder Hey das Man weiß echt nicht Wo man zuerst hin soll Alter hab ich mich gerade erschrocken Äh Geil Können hier jetzt Wieder so ein Vieh Mit einem Schalter Aber ich würde sagen Oder Ja ich mach das in der nächsten Folge Falls äh Ich werde direkt Auf jeden Fall hier weitermachen Im Anschluss Mache ich eine neue Folge Und falls die Folge zu kurz ist Dann werde ich die mit dieser hier zusammenschneiden Also Vielleicht bis gleich Oder im nächsten Part Bis dann Ciao